werden. Sitzt der? Der sitzt! Der sitzt! Was? Hier ist eine riesige Schlacht und der sitzt auf dem Boden! Hey Leute, malo hier und willkommen zu einer weiteren Folge von Totally Accurate Battle Simulator. In dieser Folge werden wir wieder ein paar Community-Vorschläge machen. Wenn ihr einen Vorschlag habt, dann schreibt Hashtag Dummkopf in den Kommentaren und dazu euren Vorschlag. Heute werden wir zu sehr großen Teilen das machen, was mir am meisten Spaß macht in den Challenges und zwar diese Beschützt den Bauern-Challenge. Denn da sind auf beiden Seiten dann ein Bauer bzw. ein Peasant und ganz viele andere Einheiten und es ist im Grunde, die ganzen anderen Einheiten sind egal. Die können alle leben am Ende, aber sobald der Bauer von einem Team stirbt, hat das Team verloren und ich finde den Vorschlag ist einfach, ist einfach sowas völlig anders, hat eine ganz andere Dynamik und ich finde es richtig cool und deswegen habe ich mir jetzt für diese Folge sehr viele Vorschläge rausgesucht, die das beinhaltet haben und der erste Vorschlag sagt einfach ein Peasant und ein schicken Man-Man. Ist interessant. Ist interessant. Ich überlege, ob ich das auf der rechten Seite dasselbe mache, weil dann dauert der Kampf ewig, weil die Schicken Man-Man ewig gegeneinander kämpfen und deswegen mache ich jetzt erstmal eine andere Map im Winter. Und zu der Winterwelt passen die Wikinger bestimmt richtig gut. Deswegen machen wir jetzt hier die Wikinger. Ja, das Ding ist, warte, ich packe den Schicken Man-Man weiter nach vorne, das ist fairer, dass der die ganzen Gegner tankt. Ähm, ne, hier auf der rechten Seite natürlich viel mehr Einheiten, aber der Schicken Man-Man, der produziert ja auch irgendwie jede Sekunde eine Einheit und die eine, die der Schicken Man-Man produziert, die produziert auch immer eine Einheit und der kostet viel mehr. Das ist jetzt so, theoretisch könnte ich aus Fairness gründen noch ein bisschen mehr auf die rechte Seite, egal, wir starten das jetzt. Ich bin einfach gespannt, ob es funktioniert, ob der Bauer lang überlebt. Ist nur noch die Frage, sobald er reinrennt. Sobald er reinrennt, ist er theoretisch einfach tot. Ist jetzt die Frage, wer den längeren Weg hat. Weil es geht natürlich drauf rum, auf wen fokussiert er sich als erstes. Okay, der Peasant rennt rein. Der Peasant rennt rein, der will kämpfen. Da hinten ist der andere Peasant. Wir müssen beide im Auge behalten. Das wird jetzt kritisch. Okay, da vorne ist der Peasant und ist er gestorben? Er ist gestorben, er ist gestorben, stopp, stopp, wait, 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 wait. Ne, er liebt dennoch? Ist er gestorben? What? Ich glaube, der Wikinger Peasant ist zuerst gestorben. Wir müssen kurz eine Superslowmotion reinhauen, um zu sehen, wer es gewonnen hat. Das wird jetzt kritisch. Okay, da vorne ist der Peasant und ist er gestorben? Ist er gestorben? Ja. Und der Chicken Mailman hat auch den Kampf gewonnen. Dass der Chicken Mailman stark gegen die Wikinger anscheinend ist, das finde ich so verwirrend. Weil aus taktischer Sicht müssten die so besser sein. Ich bin sehr verwirrt. Der nächste Vorschlag ist ein Vorschlag, der passt nicht so richtig rein in diese Folge, aber ich fand den so interessant, dass ich ihn jetzt einfach machen werde. Und zwar die Sniley Snide vs. Danny Jeston Formation. Auf der linken Seite machen wir ein S und ich dachte, wir machen das aus Samurai und aus Schilden, einfach weil es auch mit einem S beginnt. Und dann machen wir oben Samurai und unten dann die Schilde. So, das ist ein schönes S. Das ist ein sehr schönes S. Sieht sehr schön aus, das ist. Wir haben leider kein D. Deswegen sind wir jetzt ein bisschen aufgeschmissen. Welche Einheiten soll ich denn nehmen? Was machen wir denn? Ich würde sagen Muskels. Muskels sind eine gute Einheit. Das sind eine sehr gute Einheit. Machen wir hier Muskels. Oh, die sind zu teuer. Die sind zu teuer. Das geht gar nicht auf den Preis. Dann machen wir Pew Archer. Pew. Und ein fettes D. Okay. Hier noch ein bisschen weniger, dass es ungefähr gleich viel ausgegeben wurde. Jetzt können wir hier noch eine Einheit setzen. Und zwar ein Filz. So, ich würde sagen, Snidey Snides versus Danny Dresden. Ich weiß nicht, wer gewinnen wird. Ich tippe aber einfach mal auf das D. Ich nehme das D für Herambe. Herambe hätte gewollt, dass ich das D nehme. Sieht es denn aus wie ein D? Es sieht schon aus wie ein D. Und das S sieht auch aus wie ein S. Ich bin schon ein bisschen stolz. Okay, wow, wow, wow. Okay, die Bogenschützen gehen richtig ab. Aber hier sind halt Gegner mit Schilden, was, glaube ich, der Erzfeind ist von denen. Und hier schießen einfach auch einen Typ mit einem Schild, der zwei Milliarden Pfeile drin hat. Okay, das D ist am Schwächeln. Das S aber auch. Ich kann nicht sagen, es kommt halt echt auf die Schilder an. Die Schilder sind im Grunde ein bisschen zu stark gegen Bogenschützen. Das ist vielleicht ein kleines bisschen unfair. Aber ist ja egal, ist ja egal. Dann kann ja auch ein bisschen unfair sein. Muss doch nicht immer fair sein. Okay. Ziemlich klare Angelegenheit, einfach weil die Schilder zu gut sind. Ähm, ja. Schneider hat gewonnen. Und falls ihr gesagt habt, das war ein unfairer Kampf, mache ich jetzt das nochmal ohne Schilde. Und jetzt gucken wir uns das nochmal an, wie es aussieht, wenn die keine Schilde haben beim S. Das S ist ein bisschen verkrüppelt, aber auch noch. Okay. Einfach mal gucken, ob das jetzt einen anderen Einfluss hat. Ob die Schilde so viel gerissen haben oder ob es auch ohne die Schilde gegangen wäre. Ich finde die Piratesche ja gar nicht, ich finde die Bogenschützen ja gar nicht so schlecht. Ich meine, die schießen ziemlich schnell. Machen aber halt wenig Schaden. Das ist halt problematisch. Aber es sieht tatsächlich gerade ganz gut aus. Okay. Gegen so viele Bogenschützen können die Samurai ja glaube ich nichts machen. Okay. Es ist auf jeden Fall jetzt ein 1-1. Es ist ein Unentschieden für beide. Es ist okay. Ich würde sagen, es ist ein Unentschieden. Es ist okay. Was willst du mit... Es ist okay. Ist keiner besser als der andere in der Formation? Oh. Wait, 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 wait. What? Wann ist das denn passiert? Okay, die Samurai haben einfach zerstört. Die haben einfach zerstört. Okay. Gut, dass wir das geklärt haben. Äh, beim nächsten Vorschlag. Ein Bauer. Davor zwei Musketen. Eins. Zwei. Davor zehn Boxer. Und an den Seiten. Wir müssen fünf Samurai hin. Das neben rechts ist jetzt teurer. Aber die Streitwagen, die sind halt sehr schnell kaputt. Ich gucke einfach mal, ob die Streitwagen bis zum Bauern kommen. Ist einfach mal jetzt ein Experiment. Weil ich meine, die Streitwagen können ja theoretisch... Oh, einer ist schon kaputt. Einer ist schon kaputt. Und der... Oh, oh. Oh, der hat den ganz schnell verfehlt. Der hat den ganz schnell... Kommt der noch dran? Er ist auch kaputt gegangen. Okay, das war's. Das war's. Jetzt können wir einfach zusehen, wie der Päsen einfach abgeschlachtet wird. Wie stolz er drauf zu rennt in den Krieg. Und das war's. Okay. Schade. Ich hätte... Es war ja knapp. Die Pferdereiter hätten... Entschuldigung, also die Streitwagen... Es regen sich ja manche Leute auf, wenn ich Pferdewagen oder Pferde sag. Die Streitwagen... Streitwagen... Haben es ja fast geschafft. Das war ja noch knapp. Beim nächsten Vorschlag wurden mir die Einheiten gesagt, die ich setzen soll. Und zwar zwei Bauern. Diesmal. Fünf Bogenschützen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zehn Footman. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und 20 Boxer. Was sehr viel ist eigentlich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Die Linke sieht ein bisschen Gornethaus, was den Angriff angeht. Dafür ist die Rechte sehr gut beschützt. Da sind die Bauern sehr gut beschützt. Und ich bin einfach mal gespannt, wie es ausgehen wird. Ich werde einfach mal die Bauern hier beobachten, weil ich glaube, das sind zu viele Einheiten. Das kann zu sehr chaotisch werden. Ich beobachte einfach hier die Bauern und ganz hinten die Bauern. Wo sind die Bauern? Hier. Wo sind die? Hier ist einer. Und der zweite. Okay, kleben beide hier bei den Archern. Und die Bauern vom Gegner, die rennen, okay, die rennen schon drauf zu. Die rennen schon in den Krieg. Die rennen rechts in den Krieg. Oh, aber hier sind die Passants direkt da. Und wenn er jetzt Pech hat, ist er tot. Er ist tot, er ist tot. Das war's, das war's. Kein Passant lebt mehr, oder? Ne, die sind tot. Aber hier sind die auch gestorben. Aber ich glaube, die sind da schneller gestorben. Gucken wir uns zu, wie der hier den Hügel lang geht. Fuck, wir müssen das nochmal angucken. Ich hab verkackt, das richtig zu beobachten. Das sind so viele Einheiten. Das ist ein bisschen schwierig. Wir gucken uns jetzt, wir gucken uns jetzt die Einheiten hier an. Und ich hoffe, es war gerade so chaotisch. Ist mir leid. Aber ich glaube, dass das Team hier zuerst gestorben, ich glaube, dass das Team hier länger überlebt hat. Jetzt gehen wir auch noch zu zwei verschiedenen Seiten. Oh, was ist denn? Okay, wo sind hier die Passants? Wo sind hier die Passants? Okay, ein Passant ist schon tot. Da vorne rennt ein Passant rein in den Kampf. Hier lebt noch einer. Und der zweite Passant ist wo? Tot, glaube ich. Wo ist denn jetzt? Hä? Moment, Moment. Das war's, was, was? Jetzt hat Team Blau gewonnen. Hier, hier noch ein Passant. Und die anderen Passants vom Gegner sind tot. Äh, Leute, okay. Ähm, Upgrade. Ihr könnt nicht so viele Einheiten vorschlagen, sonst ist das richtig schwierig für mich, einfach den Überblick zu halten. Okay, aber Team Blau hat gewonnen. Und Team Blau gewinnt auch die Schlacht tatsächlich am Ende. Der nächste Vorschlag, ähm, hat auch nichts damit zu tun, ist aber ein cooler Vorschlag. Und zwar Völkerball. Und ich packe es einfach mal so hin, wie ich denke, wie er es gemeint hat. Und zwar, vier Kanonen, jeweils. Zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Wobei, wenn die so weit hinten stehen, macht es gar keinen Sinn. Und dann machen wir es so. Zwei, drei, vier. Drei, vier. Und, ähm, im Spielfeld quasi 20 Boxer. Äh, machen wir mehr, machen wir mehr, machen wir mehr. 20 wäre ein bisschen langweilig, machen wir mehr. Machen wir bis hier, ja komm, machen wir bis 70, machen wir bis 70. So, hier, die sind relativ nah beieinander. Und, d-d-d-d-d-d, hier, die machen die ein bisschen versprungener. Und gucken einfach mal, wie es ausgehen wird. Und so. Und, ähm, das Team wohl als erstes die ganzen Bauern kaputt sind. Und, das wird verloren. Ich bin gespannt, was passiert. Es wäre cool, wenn man sagen könnte, ey, greif die Kanonen nicht an. Okay, hier ist ein sehr großes Knoll und die sind echt versprungen. Ich bin aber gespannt, wie es ausgehen wird. Okay, die Kanonen ballern rein. Das ist cool, das ist eine coole Idee für eine Challenge. Ich, weiß nicht, also im Kampf hat Team Rot natürlich einen Vorteil, weil wir halt gerne beieinander sind. Aber du musst halt nur eine Kugel mal reinhauen. Und, fetzt einfach alles. Wow, warte, wer lebt noch? Lebt noch, wer lebt. Okay, hier lebt noch eine rote Einheit. Und daneben noch ein paar blaue Einheiten. Hier ist nur noch eine rote und. Lebt noch eine blaue, es lebt jeweils noch eine Einheit. Und, ist er tot? Er ist tot? Er ist tot. Jetzt lebt es noch. Blau hat gewonnen. Blau hat das Völkerballspiel gewonnen. Und, Alter, wie viele Leichen einfach rumgeschubst werden. Sitzt der? Der sitzt. Der sitzt. Was? Hier ist eine riesige Schlacht. Und der sitzt auf dem Boden. Das habe ich noch nie gesehen. Wie cool. Das war auch so ein richtiger Leichenhaufen einfach. Okay, die Völkerballidee hat mir auch extrem gut gefallen. Richtig neister Vorschlag. Okay, der letzte Vorschlag. Der allerletzte Vorschlag ist, beschützt den Chicken Man Man. Das habe ich gelesen und dachte, ey, das ist relativ clever. Aber dazu muss ich sagen, der Typ, der den Vorschlag gemacht hat, der hat extrem um Likes gebettelt. Einfach damit der Vorschlag wahrscheinlich eher drankommt oder was in seinen Kopf. Die Likes sind scheißegal. So, ich gucke nicht da die Likes durch von den Kommentaren. Okay, da sind die Kommentare. Oh, der hat viele Likes. Gehnehm ich denen. Ich geh einfach die Liste durch. Es ist völlig neutral, wie viele Likes ein Kommentar hat. Oder wie viele Kommentare darunter stehen. Wenn ihr um Likes battelt, dann sieht das nur doof aus. Von eurer Sicht. Und dann bin ich eher geneigt zu sagen, okay, der Vorschlag kommt nicht dran. Der Vorschlag jetzt war aber relativ cool, deswegen kommt er dran. Aber um Likes battlen ist nie cool. Generell nie cool. Auch wenn ihr kommentiert, ey, ich finde das Video gut. Like diesen Kommentar, wenn ihr es auch so seht. Um Likes battlen ist nie cool. Macht das bitte nicht. Seid bitte ein cooler Part der YouTube-Community und macht nicht solche Likes-Battle ein. Und, ähm, ich meine, der Vorschlag ist cool, deswegen wollt ihr wahrscheinlich auf jeden Fall, dass da dran kommt. Kann ich verstehen, aber übernächst mal vielleicht nicht um Likes battlen. Und, okay, und ich darf nicht nur den schicken Mailman setzen, ich muss nur Fernkonferenzen setzen. Ich würde mal sagen, die linke Seite mache ich dann die Archer. Ganz viele, sagen wir 100. Wir machen auf 100. Wer überleben wird, das ist das Finale dieser Folge. Ist, würde ich sagen, ein würdiges Finale. Sehr, sehr viele Einheiten. Sehr, sehr laggy. Ich sollte vielleicht ein bisschen weniger Einheiten packen. Aber ist okay, ist das Finale. Da müssen viele Einheiten nennen. Das, oh, wie krass das aussieht wie diese Riese hinten angerannt kommt. Alter. Woa, okay, 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 okay. Deswegen ist die schicken Mailman. Ich glaube eher, dass sich alle Einheiten killen werden. Moment, ich muss das, glaube ich, anders setzen. Ich muss das anders setzen. Tut mal, ich werde jetzt hier eine Reihe einfach wegmachen. Weil ich glaube, dass die Einheiten sich alle gegenseitig killen werden, bevor die überhaupt den schicken Mailman angreifen. Deswegen muss der schicken Mailman natürlich nach ganz vorne eigentlich. Dass der das erste Ziel der Gegner ist. So, jetzt machen wir noch die Einheiten weg. Oh, nee, wir müssen die Einheiten... Warten, waren das die Muskels, die auf der Seite sind? Hoffe ich, okay. Ja. Okay. Ich bin jetzt gespannt, wie das jetzt ausgehen wird. Jetzt ist es richtig. Jetzt werden nur die schicken Mailman angegriffen. Hoffentlich. Und alle anderen werden nicht... Ja, es werden nur die schicken Mailman angegriffen. Und das Bogenschützen-Team greift mit Leidenschaft einfach nur seine eigene Einheit an. Ja, scheiße. Die sind fast zeitgleich gefallen. Die sind wirklich fast zeitgleich gefallen. Aber... Das Bogenschützen-Team hat eher seine eigene Einheit angeschossen. Ich glaube, die Muskels haben auch eher seine eigene Einheit angeschossen. Aber wie heftig das aussieht. Einfach so ein Riese mit ganz vielen Pfeilen im Kopf. Wow. Okay, können wir noch tiefer durchgehen? Yo, das ist krass. Das ist krass. Okay, gehen wir höher, gehen wir höher. Das war auf jeden Fall eine richtig nice Zeitgleich, fand ich. Jetzt gucken wir mal noch zu, wer die Schlacht gewinnen wird. Die Muskels werden höchstwahrscheinlich gewinnen, weil die Muskels ein bisschen stärker sind. Geh mal schnell auf die Seite, die Muskels. Hi, ich bin bei euch. Team Muskels. Kann sein, dass der Riese ein paar Kugeln einfach abblockt. Wollen wir mal gucken. Kriegt er Kugeln ab? Ja, der blockt Kugeln ab. Hier, die landen alle da rein. Der blockt auch Pfeile ab. Guck mal, wie viele Pfeile der einfach sammelt. Ich glaube, die Schlacht geht noch ewig so weiter. Es fallen ganz langsam welche rum. Pro Salve fällt so eine um, glaube ich. Ach nee, jetzt kommt nur Salve. Ja. Und, ja okay, das dauert noch ewig. Aber gucken wir einfach zu. Okay, noch einen Bogenschütze, der jetzt fallen wird. Und zwar, genau. Jetzt. Okay, die Muskels. Ja, der hat halt einfach so viele Pfeile getankt. Aber ich würde sagen, aber ich würde sagen, es war eine richtig coole Folge. Die Challenge waren richtig cool. Das war auch kreativ. Und ich meine, ich fand's super. Ich muss sagen, ich hoffe, ich kann nur immer sagen, wie gut ich es finde. Es liegt ja hauptsächlich an euch, wie gut ihr das findet. Weil ich meine, es kann mir ja gefallen, wenn es euch nicht gefällt, dann hat's ja keinen Sinn. Ich mach die Videos ja nicht für mich, sondern für euch. Deswegen hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und deswegen hoffe ich auch, dass ihr in der nächsten Folge wieder einschalten werdet. Und deswegen sag ich mal bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dahin. Und schau. Eine dreifache Granate. Eine dreifache Granate. Warum hast du immer von allen Dingen drei, drei Bälle, drei Granaten, drei Rohre? Weißt du, was ich noch habe? Drei haben. Oh. Oh. Autsch. 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 Nein, ich hab...